Heute sind wir wieder in Bayern. Und wer nun sagt, in Bayern sind aber viele Seher, stimmt, aber den Grund dafür konnte mir bis dato noch keiner erklären. Hätte mich doch sehr interessiert, wieso sich die Schauungen so geballt in Bayern zeigten. Jedenfalls ist der heutige Seher in Niederbayern tätig gewesen und hatte sich dort durchaus einen Namen als Priester, Seher und Heiler gemacht. Die Rede ist von Pfarrer Franz Salis Handwercher. Schauen wir uns also das Leben und Wirken des Pfarrers genauer an. Franz Salis Handwercher, geboren am 3. Juni 1792 in Leutersdorf bei Oberhausen an der Wils in Niederbayern, und verstorben am 17. August 1853 in Oberschneiding. Ebenfalls Niederbayern war ein katholischer Pfarrer, der als Segenspfarrer und Visionär sowie als großer Pfarrer der Goibodens und Viany Niederbayerns bekannt wurde. Franz Salis kam auf einem Einödhof zur Welt und ging nach dem Besuch des Gymnasiums in Straubing und Passau zum Philosophie- und Theologiestudium nach Landshut, wo Johann Michael Seiler, der spätere Bischof von Regensburg, sein Lehrer war. 1816 zum Priester geweiht, wurde er nach drei Kaplanjahren Pfarrer in Niederfiebach, in Tegernbach bei Pfaffenhofen an der Ilm, Hoheneggelkofen südlich von Landshut und ab 1836 in Oberschneiding bei Straubing. Da ging ihm schon der Ruf voraus, durch seinen Segen und sein Gebet Heilung erhalten zu können. Von weit her brachte man die Kranken zum Segenspfarrer, um durch ihn Heilung zu erbitten. Wenn der Priester segnet, segnet der Heiland, so war Handwerchers feste Überzeugung. Dem auftrittssicheren und tief frommen Pfarrer gelang die Glaubenserneuerung des ganzen Ortes. Er predigte und feierte die Heilige Messe so eindrucksvoll, brachte den Leuten besonders den eucharistischen Segen so nahe, dass die Kirche, Sonntag wie Werktag, mit mehreren hundert Menschen gefüllt war. 1848 wurde ein Kirchenanbau um zwei Seitenschiffe nötig, um die Gottesdienstbesucher unterzubringen. 1843 gründete er die Bruderschaft vom heiligsten und unbefleckten Herzen Mariens, die nach kurzer Zeit schon 10.000 Mitglieder aus ganz Bayern und Österreich zählte, darunter auch Johann Birndorfer, den späteren Pförtnerbruder Konrad von Parzham. 1847 eröffnete er mit Hilfe einer Niederlassung der armen Schulschwestern eine Mädchenschule. 1830 begonnen, schrieb er insgesamt 15 apokalyptische Geistesmitteilungen in Versform nieder, die als Blick in die Zukunft veröffentlicht wurden und ihm den Beinamen Mühlhiasel vom Goi-Boden eingebracht haben. Am 17. August 1853 erlitt Pfarrer Handwercher einen Schlaganfall. Kurz kam er noch einmal zu Bewusstsein, empfing die Sterbesakramente und ging zu seinem himmlischen Vater heim. Sein Grab befindet sich seit seinem 100. Todestag 1953 in der Pfarrkirche Oberschneiding. Überlieferungen zufolge besaß Handwercher die Gabe der Präkognition und schrieb seine Vorhersagen und Visionen in Reimform nieder. Im Dezember 1830 berichtete er, er seinem früheren Lehrer, Bischof Johann Michael Seiler, über seine Geistesmitteilungen, wie Handwercher es nannte. Pfarrer Handwercher war Kopf des Oberschneidinger Reformbundes, einem Zusammenschluss von Geistlichen, die das religiöse Leben auf dem Land erneuern wollten und die Kinder der Pfarrei zum täglichen Empfang der Kommunion und zum regelmäßigen Beichten erziehen wollten. Trotz einiger weiterer kirchlicher Ämter blieb Handwercher seiner Berufung als Seelsorger stets am meisten zugetan. Nur kurz war er Professor am Progymnasium der Königlichen Studienanstalt in Landshut. Als Seminar Regens in Regensburg wirkte er nur einige Wochen. Seine Prophetien sind wie gesagt in Versform niedergeschrieben. Hören wir uns an, was ihm gezeigt wurde. Zitat Erster Sonntag Gottesgeißel, als ich heimkam von der Kirche, sank ich auf mein Lager nieder, doch das Schreien um Erbarmen hallte in der Seele wieder. Plötzlich sah ich neben meiner Wunderhold ein Kneblein liegen, das die Seele lächelnd einlud, an sein Herz sich anzuschmiegen. Und ich sprach, du liebes Kindlein, kannst dich über uns erbarmen? Und es ging vom Mund des Kindes süßer Hauch, ich will erbarmen. Plötzlich an des Kindesstelle lag ein Mann von dreißig Jahren, und es trieb mich an, mit Flehen ihm sogleich zu offenbaren. Oh, für wahr, du bist derselbe, der als Kindlein dagewesen, willst du helfen, willst du retten, ach, dann werden wir genesen. Weg war Mann und Kind, urplötzlich tobt ein Sturmwind in dem Hause, aus den Angeln fliegt die Türe auf mit donnerndem Gebrause, und ich hörte eine Stimme ins erstaunte Ohr mir fließen. Sieh, ich habe aufgeschlossen, und es kann kein Mensch verschließen. Aber durch die Kammertüre, die der Sturmwind aufgelassen, sah ich plötzlich in die Stube strömendichte Menschenmassen. Alle schauten sie zum Himmel. Eine sprach zur anderen, siehe. Ich jedoch stand auf vom Lager, sank zu Boden auf die Knie. Gott, so sprach ich, ist erschienen. Unwert bin ich, nur die Riemen seiner Schuhe aufzulösen, ihm, Gott, dem Preis und Ruhm geziemen. Aber in derselben Stunde, wo im Geiste dies geschehen, ward einschrecklich Feuerzeichen andem Firmament gesehen. Ähnlich einem Tafeltuch hingesnieder von den Sternen, und es ward herabgelassen aus des Himmels tiefsten Fernen. Aus dem Tuche steigen Nebel aufsamt Rauch und Feuerflammen, und es wickelt wie ein Balken plötzlich sich das Tuch zusammen. Eins der Enden von einem Balken hat ein Kronenreif umfangen, doch am anderen Ende sah man eine Geißel Gottes hangen. Lange sah man diesen Balken waagerecht am Himmel glühen und die Geißel hochgeschwungen Feuerfunken niedersprühen. Endlich sah man auch den Balken in ein Schlachtschwert sich verändern, welches blutrot aufgehoben über Städten hin und ländern. Zweiter Sonntag Gericht ohne Erbarmen In des Jammershause sah ich über tausend erdenfarbne, schmerzverzehrte Menschen stehen, in dem weiten Krankensaale. Mitten in dem Saale sah ich einen Mann zu Stuhle sitzen, dessen Augen gleich der Sonne voll erhabner Würde blitzen. Solche Majestät des Wesens war mir vorher nie erschienen. Ich erkannte, diese Hoheit kann nur Gott zur Hülle dienen. In der Stirne tiefen Falten schien ein Adler Zorn zu liegen. Ernst und Strenge schien die Milde seines Herzens zu besiegen. Auf das Knie gesenket wagte ich, seine Knie zu umklammern, seine Füße sanft zu küssen und zu ihm hinauf zu jammern. Oh, erbarme dich, Erbarmer, sie des Elends ganze Größe. Oh, erbarme dich, Erbarmer, oh, errette, oh, erlöse. Aber langsam neigt der Heere sein erhabenes Haupt beiseiten. Durch den Wink des Auges sah ich mein Gebet mit Nein bescheiden. Nochmals wag ich meine Bitte, aber mit der Hand zurück, erweist der Hohe majestätisch. Und er sprach mit ernstem Blicke. Meine Rechte hab, ich zürnend auf die Länder ausgestrecket, Ein Gericht ist angesetzet, das die Erdenvölker schrecket. Meinen Weizen will ich worfeln, säubern will ich meine Tenne, Doch die meinen will ich sammeln, wie die Küchlein lockt die Henne, Will ein neues Reich mir stiften und darein die Treuen setzen, Die in Buße meiner Haaren und den Glauben nicht verletzen. Dritter Sonntag, großes Sterben Was soll werden? War mein Denken, als der Geist in Schlaf mich stürzte Und ich schaute eine Blume, so die Luft mit Weihrauch würzte. Während ich am Farben schmelze, hochentzückt mein Aug erbaue, Neigt der Blume hauptsich plötzlich wie berührt von giftgem Taue, Und es welkt die Blumenkrone dort wie Heu und sinkt zur Erden, Wird zu Staub und wenig Erde. Und ich hörte, Das soll werden, jetzt so, werde ich abberufen. Und ich ging zum Hospitale, und ich stand im Priesterkleide, Mitten in dem Krankensaale. Jammer spricht hier aus dem Auge von den hunderten Elenden, Ach, an Wärtern fehlt so ein Priestern, allen Hilf. Und Trost zu spenden. Viele kämpfen ihren Todskampf mit verzehrtem Blick und Leibe, Rollen in des Schmerzes Zucken, ihren Körper gleich der Scheibe. Schaurig rasseln durch die Straßen, unablässig schwarze Karren, Und man wirft hinab die Leichen, ehe sie noch ganz erstarren. Und bei fernen Leichenzügen singen dumpf die Grabgefährten, Miserere Maidois, und ich hörte, Das soll werden. Vierter Sonntag Der Turm der Kirche unzerstörbar Eine Kirche sah ich stehen, und ich stieg hinauf im Turme. Plötzlich scheint der Turm zu schwanken, Wie ein Tannenbaum im Sturme. Ach, der Turm stürzt, rief ich ängstlich, Und ich ließ in banger Eile von der Spitze mich her nieder An dem nächsten Glockenseile. Dieser Turm wird nimmer stürzen vor der Welt und Zeiten Ende. Also sagte mir ein Starker, Siehe an die Fundamente, Aber jetzt so ward ein Quader aus des Turmes Kranz gelöset, Dieses hat dem ganzen Baue solches Zittern eingeflößet. Und ich sah den Grund gefestet in des Berges Felsenadern, Einen Wald von Säulenbogen, Pfeilern aus den stärksten Quadern. Unzählbare Eisenstangen klammern sich von Stein zu Steine, Alle Fugen sind verkittet zu unlösbarem Vereine. Also war der Bau geschirmet von unsichtbaren, starken Stützen, Dass kein Stein gefunden wurde, den nicht tausend andere schützen. Hochverwundert musste ich rufen, Dieser Turmbau wird bestehen, Ehe seine Zinnen stürzen, wird das Erdenrund vergehen. Bald erkannt ich drauf den Quader, Welcher damals los sich machte, Denn es starb zur selben Stunde Pius, So genannt der Achte. Fünfter Sonntag Verwüstung der Kirchen Mitten in den Strom des Nils Trugen mich des Geistes Flügel Über eine öde Insel Ringsumwogt vom Wasserspiegel Wellen kommen, Wellen schwinden, Schlagen an die Bank von Sande Traurig steht der rote Ibis In dem Schwankenrohr am Strande Zwischen Schilfen und Papyrus Rauscht das Nilpferd ungestaltet Und so sonnt das Krokodil sich, Das den gelben Rachen spaltet. Links hin Lybia, die Wüste, Rechts, Arabias Felsenmassen, Ich allein im breiten Strome Schrecklich einsam und verlassen Und die Stimme in dem Innern, Die da billigt und verklaget, schreit, Ist nirgendwo ein Ausweg Und ihr ward darauf gesaget, Sieh, der Weg ist in den Bergen, Dornig, alpenvoll, uneben, Durch die Mitte der Gefahren Führt der eine Weg zum Leben, Über Schlangen, Basilisken, Krokodil und Löwenrachen Sollst du schreiten unverzaget Und der Hölle trotz verlachen. Von dem Abhang eines Berges Bin ich gegen Tal gestiegen, In der Kirche meiner Pfarre Dem Gebete zu obliegen. Neben einem Gottesacker Führten mich vorbei die Schritte Und ich sah die Seelenkirche Offen in der Gräbermitte. Ein paar hundert Schritte tiefer Lag die Kirche in dem Tale. Da verließ mich der gewohnte Kirchenweg mit einem Male. Eine Straße wohlbekieset, Vielbefahren, schnurgerade, Von der Baumallee beschattet, Sah ich statt dem alten Pfade. Also kam ich bis zur Kirche, Da ich öffnen will die Türe, Sinkt sie schwankend aus den Angeln, Wie ich sie nur leis berühre. Da ich nun das Innere schaute, Hat sich mir das Herz empöret. Bettstühl, Kanzel und Altäre Sind gestürzet und zerstöret, Drinnen sieht man niemand beten. Heu und Stroh erfüllt die Hallen, Kaufmannsgüter sind darüber Aufgetürmt in schweren Ballen. Dieses Haus, der einst gegründet, Dass es Gott zur Wohnung diene, Ist verwendet nun zum Zollhaus Und zum Warenmagazine. Und ich seufzte, Oh, wie schrecklich ist Das Heiligtum zertreten. Ausgeraubt ist Gottes Wohnung. Ach, hier kann ich nicht mehr beten. Heimwärts auf demselben Wege Schritt ich, ganz von Gram erfüllet. Da begegnet mir ein Fremder, In ein schwarz Gewand verhüllet. In den Falten des Gesichtes Schien ein finsterer Groll zu hausen. Frech und herrisch ist die Stirne, Und sein Aug erreget Grausen. Er durchbohrt mich mit dem Blicke Aus dem wilden Feuerauge. Ha! Mir war, als ob der Hölleabgrund Mir entgegenhauche. Wie beim Anblick der Medusen Starren mir wie Stein die Glieder Und beflügelnd meine Schritte Kam ich zu dem Kirchhof wieder. Sieh, die ganze Kirchhofsfläche Gleich dem frischen Ackerfelde, So durchfurchten seine Rasen Der verstorbenen Gezelte. Neben frischen Leichenhügeln Sah ich viele Gräber offen. Gott erbarme dich der Seelen, Deren Leib der Tod getroffen. Sechster Sonntag, Weltjahrmarkt Nur gebeugte Knie helfen wieder Satan. In dem Innern einer Kirche Sah ich Männer, Kinder, Greise. Alle lasen in der Bibel, Deuchten all sich klug und weise, Aber ich nach meinem Brauche Las im römischen Breviere. Und es fragten mich die anderen, Welch Erbauungsbuch ich führe. Höchlich staunten alle Leute, Dass ich noch in diesem Buche Voller Formeln, längst veraltet, Meines Geistes Nahrung suche. Doch ich blieb bei meiner Lesung, Und es trieb mich an, Inwendig, dass ich sprach, Der Buchstab tötet, Einzig macht der Geist lebendig. Jetzt so hör ich zu mir sagen, Komm, ich will die Welt dir zeigen. Und ich ging mit einem Manne Durch die Stadt, In tiefem Schweigen. In der häuserlangen Reihe Zeigte mir der Mann das Seine, Führte mich in seinen Hausgang, Und dort ließ er mich alleine. Hinter einer Gartentüre, Die geöffnet wird nach innen, Nahm ich Stellung, Um die Aussicht auf die Straße zu gewinnen. Sieh, Ein Markt war aufgeschlagen, Zahllos sah ich Tisch und Buden, Sah die Käufer und Verkäufer, Männer, Weiber, Trödler. Juden, Alle Früchte dieser Erde Sah ich aufgetürmt zu Haufen, Aller Länderfabrikate Sah ich kaufen und verkaufen. Was als Stoff zur Kleidung dienet, Wolle, Linnen, Pelz und Seide, Was im Abgrund wird gewonnen, Waffen, Silber, Gold, Geschmeide, Was dem Auge wohlgefällig, Was von künstlichem Gebilde, Was dem Ohre süß und lieblich, Was dem Fühlen weich und milde, Was den Gaumen nur erlustigt, Von Getieren, Vögeln, Fischen, Von Gewürzen, Kräutern, Weinen, Fand ich auf den Händlertischen. Aller Menschen Tagsgeschäfte War ein Markten, Treiben, Dingen, um Gewinchte zu erkaufen, Um Gewinchte zu erringen. Plötzlich sah ich wilde Tiere, Wohlbewehrt mit Zahn und Krallen, Tiger, Zottig, Schwarz und Grausam, In des Volkes Menge fallen. Tausend von den Käufern, Händlern Sah ich von der Tiere Bissen, Mitten in dem Marktgedränge Angefallen und zerrissen. Zitternd in dem Herzensgrunde Sah ich auf der Tiger toben. Sieh, da kommen schon die Tiger Gegen mich dahergeschnoben Und sie dreuen, grimmig, wütend, Mit den Zähnen mich zu schnappen Und sie drängen mit den Tarzen, Mir die Türe aufzutappen. Mit gebeugtem Knie Sucht ich fest, die Türe zuzudrücken Und ich zog zugleich das Messer, Um als wäre es zu zücken. Auf der Tiereköpfe Schlug ich mit der Waffe viele Male, Doch es war als träf die Klinge Einen Helm von stärkstem Stahle. Solche Feinde zu verwunden, Kann das Messerlein nichts nützen, Doch es retten mich die Knie, So die Türe unterstützen. Dadurch konnten diese Tiger In das Haus hinein nicht dringen, Gleich den Käufern auf dem Markte Mich zu töten, zu verschlingen. Während ich noch schwach Und zagend kämpfe mit der Tieregrimme, Hört ich in dem Haus inwendig, Ruhig, rief des Hausherrn Stimme. Nun erhob sich große Stille, Jene Tiger sah ich nimmer, Doch der Hausherr nahte, Lud mich freundlich in das Zimmer. Zeit zum Essen ist soeben, Sei auf Fastenkost geladen, Doch gehorchst du nicht der Kirche, Dann ersättke dich mit Braten. Ich erklärte ihm dagegen, Dass ich mich der Kirche füge, Dass die Fastenkost vom Tisch Jenes Hausherrn wohl genüge. Unter Male sprach derselbe, Unnütz war zum Schutz dein Messer, Doch die tiefgebeugten Knie Die dienten dir zur Rettung besser. Nie mehr wird den Feind besiegen, Wer mit solchen Waffen streitet, Die er sich nach eigener Einsicht Aus der eigenen Kraft bereitet. Satan, Stets nach Beute brüllend, Darf nur dann dich nicht antasten, Wenn du fleißig Leib und Seele Waffnest mit Gebet und Fasten. Siebter Sonntag Aller Gottesdienst erloschen Eines Hochamts Ernste Feier Hatte ich eben übernommen Und ich war im Heiligen Amte Bis zur Präfation gekommen. Sie, die Präfation des Festtags War im Messbuch nicht zu finden. Warum säumst du in dem Amte? Lärmt man in der Kirche hinten? Und ich gab darauf zur Antwort, Weil die Präfation ich suche. Doch so viel ich immer blättere, Finde ich keine in dem Buche. Jetzt so hörte ich eine Stimme, Schaue aufwärts an die Wände, Siehe, siebenhundertachtzig Schrieben dort verborgene Hände. Ziehe ab, so hat die Stimme, Nun zum zweiten Mal geschrien, Eine Zahl ward angeschrieben, Von der ersten abzuziehen. Und ich las, Einhundertsechse und es ruft die Stimme wieder, Also lange liegt auf Erden, Aller Gottesdienst da nieder. Achter Sonntag, Schwanken der Kanzeln Große Menge füllt die Kirche, Und es herrsche tiefe Stille, Dass dem Volk verkündet werde, Christi Wort und Gottes Wille. Da ich jetzt zur Kanzel trete, Scheint die Kanzel sich zu neigen. Jemand rief, Die untere Kanzel wankt, Zu der höheren musst du steigen. Auf die höhere Kanzel stieg ich, Welche am erhöhtsten Orte angebracht war in der Kirche, Zu gehorchen jenem Worte. Da beginnt auch diese Kanzel zu erzittern und zu beben, Und dieselbe Stimme hört ich sich zum zweiten Mal erheben, Auch die höhere Kanzel wanket. Nötig ist es, Dass nun eine neue Kanzel an dem Eckstein dieses Tempelbaues erscheine. Neunter Sonntag Beichtstühle in die Wüste entführt Vor der Kirche eines Klosters Standen Stühle in dem Freien, Es bereiten sich zum Beichten Dicht gedrängte Menschenreihen, Wohl mit Beichtigern und Priestern Sind versehen alle Stühle, Ich saß auch in meinem Beichtstuhl Im dichten Volksgewühle. Plötzlich sah ich alle Beichtstühle, In dem Luftzug sich erheben, Leicht wie Federn, Ob den Köpfen der erstaunten Menge schweben. Auch mein Stuhl war ausgerissen, Doch erfassend Baume säste, Konnte ich retten mich vom Schwindel Und Gewann der Erde feste. Fürchtend dachte ich, Diese Stühle, Die da flattern gleich den Blättern, Könnten stürzend aus den Lüften Viele aus dem Volk zerschmettern Und die Büßenden erdrücken, Die genahtvoll Heils verlangen. Sieh, da ist ein Sturm vom Herrn Von den Himmeln ausgegangen, Und es wurden alle Stühle Samt den Priestern, Die drin saßen, dorthin. Zehnter Sonntag, Wolkenbruch über Bayern, Auf das Feld war ich gegangen, Um der Arbeit nachzuschauen, Und mein Baumann war beschäftigt, Habersamen auszubauen, Schwarze Wetterwolken sah ich Ganz Europa rings umschleiern. Doch der Himmel strahlte heiter Einzig auf dem Lande Bayern. Doch auf einmal hat auf Bayern Sich das Wolkenmeerer gossen Und der Sturmwind kam geflogen Und es vielen schwere Schlossen. Obdach suchend vor dem Sturme, Der hereinfuhr mit Gebrause, Ging ich in dem nächsten Dorf Zu dem ersten Bauernhause. Elfter Sonntag Die Erde, ein Schutt und Ruinenhaufen Auf dem höchsten Berg der Erde Lag ich betend auf den Knien, Durch Marien Jesu Mutter Hat mein Herz zu Gott geschrien. Wüst lag unter mir die Erde, Und wie weithin herrscht mein Auge, Dampft ihr Grund wie Vesuvskrater Von inwendgem Brandesrauche. Der zerklüftet schwarze Boden Ist verkohlet und verglaset, Über diesem Haufen Schutte Hat ein Wirbelwind geraset. Zahllos sah ich die Ruinen Von den Städten in dem Lande Kirchen, Häuser ohne Dachung, Lodernd von dem Innern Brande. Durch die Öffnungen der Fenster Glüht es wie ein Höllenrachen, Hinter schwarzen Eisengittern Wild die roten Flammen lachen. Ich verließ nach langem Beten Dann des Berges Haupt das Kale Stieg durch Reste eines Waldes Nieder zu dem nächsten Tale. In den Trümmern eines Dorfes Da betrat ich Hausruinen, Wo ich einen Mann erschaue. Sonst ist niemand mir erschienen. Ach, wo bin ich? War mein erstes. Tausend Meilen wohl vom Orte, Wo du nach dem Leibe wohnest, Waren des gefragten Worte. Welches Unglück, fragte ich weiter, Ist in diesem Land geschehen? Ach, so hast du, war die Antwort, Nicht das Schreckliche gesehen? Alle Städte und Fabriken, Die einst blühten, sind verödet, Die darinnen sich genähret, Sind zerstreuet und getötet. Ich gewahrte einen Wandschrank, Öffnend fand ich dicke Bände, Mit der Handschrift alter Mönche Auf ergrautem Pergamente. Da ich nach dem Inhalt frage, Dieser staubbedeckten alten Schriften, Die man hier verwahrte, Habe als Antwort ich erhalten, Inkunabeln von Franziskus, Sinds, dem Freund der Seraphinen, Diese kann man jetzt so brauchen, Denn es ist die Zeit erschienen. Zwölfter Sonntag, Europäischer Satanskampf Gegen die Kirche, Ganz Europa war ein Lager von dem größten Kriegesheere, Und es sammeln sich die Scharen, Gleich dem Sande an dem Meere. Alle Völker waffnen wilde Schreckensrevolutionen, Um die Männer zu bestreiten, Die auf einem Berge wohnen. Denn in eine Felsenfeste Haben sich zurückgezogen, All die wenigen Getreuen, Die dem Bal das Knie nicht bogen, Die des Osterlammes Siegel Klar auf ihrer Stirne tragen, Und wohin das Lamm auch gehe, Ihm stets nachzufolgen wagen, Die am alten Felsen halten, Hoffnungsvoll nach jenen Worten, Dass den Felsen nicht erschüttern werden Alle Höllenpforten. Und ich schaue, Wie die Feinde Aus den Völkern Streiter warben, Und ich sah bei jedem Stamme Seine Fahnen, Seine Farben. Einen sah ich, Der vor allen heißergrimmt Im Hasse wütet Und zum Sturme anzufeuern Seine Scharen nicht ermüdet. Furchtbar deckt ihn schwarze Rüstung, Seine Kraft ist ungeheuer, Rau ist jedes seiner Worte Und sein Blick und Schwert ist Feuer. Stolz, unbändig ist sein Streitross, Trauerfarbig und geflügelt, Dass er schnaubend durch die Lüfte Gegen unsere Festung zügelt. Wütend schlägt er mit dem Schwerte An der Festung Eisengittern, Dass die Mauern wie die Herzen Der gerechten Christen zittern. Doch in Kraft des Namen Jesu Stellte ich mich dem Feind entgegen, Hielt ihm vor den Namen Jesu Und des Heiligen Kreuzes Segen. Und ich sah ihn nebst dem Rosse An dem Felsenberg zerschellen, Sah ihn fallen gleich dem Blitze In den Abgrund seiner Höllen. 13. Sonntag Restauration der Kirche Auf der Spitze eines Berges In der Mitte grüner Auen Sah ich einen neuen Tempel, Eine neue Kirche bauen. Von dem Plan des ganzen Tempels War erst das Portal vollendet, Welches gleich der Sonne leuchtend Jedes Menschen Auge blendet. Herrlich wölbt sich das Gebäude Wie ein klarer Regenbogen. Offen sind die weiten Pforten, Das hinein die Völker wogen. Seine Mauern sind von Golde, Hell, geschliffen und polieret, Auch mit vielen Edelsteinen Und mit Perlen reich geziert. Arm sind alle Erdenschätze Vor dem Wunderwerk der Zeiten, Nichts Salomonis Tempel Gegen dieses Baues Herrlichkeiten. Und ich dachte hochentzücket, Welche Kirche wird dies werden? Ach, ist diese Wohnung Gottes Nicht zu herrlich für die Erden? Vierzehnter Sonntag Christus herrscht von demselben Tempelbaue, Den ich sah zum ersten Male, Unvergleichbar herrlich strahlend Sah ich wieder das Portale. Durch die offenen Flügeltore Sah ich jetzt zum Hochaltare, Dorten ausgespannt am Kreuze Hing das Opferlamm das Ware. Eine Stirne ist mit Rosen, Nicht mit Dornen mehr umbunden, Kränze schmücken seine Arme, Herrlich strahlen seine Wunden. Jesus löst vom Kreuz die Arme Mit den blühenden Girlanden Und er schenkt von seinen Wunden Süße Düfte auf die Landen, In dem Himmel wie auf Erden Ihm die Knie alles bieget Und ich höre eine Stimme, Jesus Christus hat gesieget. Fünfzehnter Sonntag Alles eins im Glauben Wieder sah ich Berg und Kirche Mit dem herrlichen Portale, Doch der Weg hinauf war steiler Als die beiden ersten Male, Zu dem goldenen Portalereihen Hallen sich und Mauem, Fest aus goldenem Guß gefüget, Um Jahrtausende zu dauern. Herrlich in der Himmelswölbung Hat die Kuppel sich erhoben Und das Kreuz, das Welt und Satan Überwunden Steht hoch oben. Meine Augen überraschen jetzt Drei Tempel in dem einen, Die vereint und doch geschieden Als ein Ganzes mir erschienen. Links ist Gott des Vaters Tempel, Rechts der Tempel von dem Worte Mitten strahlt des Geistes Kirche In dem heiligen Gnadenorte In den dreien Kirchen Sah ich in anbetendem Vereine Mit den Engeln und den Heiligen Die andächtige Gemeinde Alle Gläubigen und Frommen Jeden Ranges, jeden Standes, Jeden Alters und Geschlechtes, Jeden Weltteils, jeden Landes Alle Gläubigen und Frommen Jeden Ranges, jeden Standes, Jeden Alters und Geschlechtes, Jeden Weltteils, jeden Landes Wer zum Geist ruft, ehrt den Vater, Wer den Sohn ehrt, dient dem Geiste, Niemand kann zu einem flehen, Der nicht dreien Ehrfurcht leiste. Zur Monstranze wählt die Jugendsicht des Waldes Schönste Fichte Und es strahlt im grünen Zelte Jesu Herz in mildem Lichte Und es wirft die hellsten Strahlen Auf die Lande nah und ferne Und erquickt mit seiner Wärme Auch des Himmels weitste Sterne Hochentzückt von dem Gesichte Sank ich auf die Tempelstufen Und in Preis und Dank ergossen Hat mein Herz zu Gott gerufen Oh, wie fromm ist diese Jugend Oh, wie fromm die ganze Herde Oh, wie herrlich ist die Wohnung Meines Gottes auf der Erde Zitat Ende Eigenwillig, die Reimform Oder wie findet ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare Vermutet wird, dass ein Teil der Schauungen Sich auf den dritten Weltkrieg bezieht Jedoch ist dies sehr schwer zu beurteilen Möglich ist es natürlich, denn es klingt ähnlich Den Schauungen anderer Sehern Wie auch immer, ich denke, dass dies wie immer auch Auslegungssache ist Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da Das würde meinem Kanal sehr weiterhelfen, da der Algorithmus von YouTube auf Abos und Likes konditioniert ist Und nur so meine Videos auch anderen Zuschauern vorgeschlagen werden Wie gesagt, auch ein Abo würde mich sehr freuen Aktiviert auch besser die Glocke Denn nur so werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video veröffentlicht habe Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium